Es ist nicht alles schlecht. Also das kann man nicht so sagen. Es sind unheimlich viele Möglichkeiten und Chancen drin. Und der Mensch ist eben aus meiner Sicht dafür konstruiert, diese Chancen auch gut zu nutzen. Für jeden, der es wissen möchte, auch damals schon die Informationen offen waren. Das ist ja das Entscheidende. Es ist ja nicht, dass die aus Jux und Dollerei gesagt haben, ich finde das eine blöde Idee, sondern die Daten waren von Anfang an klar und jetzt wird immer offensichtlicher, dass die Kritiker dieser ganzen Maßnahmen von Anfang an recht hatten. Das wird sogar noch immer viel schlimmer. Wir erfahren jetzt durch die Entschwärzung der RKI-Protokolle, kommen wir bestimmt auch noch drauf, dass es noch viel, viel schlimmer war von Anfang an. Also nicht, dass nicht die Situation viel schlimmer war, sondern dass die alles gewusst hatten und trotzdem die ganzen Maßnahmen so umgesetzt hatten. Ich empfinde das als eine so unglaubliche Zäsur in meiner eigenen Lebenszeit, so etwas mitzukriegen, dass der Staat, den man eigentlich immer so als demokratischen Staat so vor sich hergetragen hat, dass die größten Organe dieses Staates beteiligt waren an einem der größten Verbrechen, die es überhaupt gab. Die größten Organe dieses Staates beteiligt waren an einem der größten Verbrechen, die es überhaupt gab. Also wir haben massive Gräben zwischen den Menschen in verschiedenen Themenbereichen und wir brauchen ja nur zu gucken, das gibt alle Themenbereiche, können wir ja mal kurz ansprechen. Das Thema der Klimawandel, Chemtrails am Himmel, Gendern, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg. Wir können das alles ansprechen und es gibt Gräben. Egal wo du hinguckst, es gibt Gräben ohne Ende. Und es ist nicht mehr möglich, untereinander, miteinander zu sprechen. Das geht einfach nicht mehr vernünftig, weil die Gräben auch weiter befeuert werden von beispielsweise den Medien und der Politik. Wenn es auf diese Weise weitergeht, haben wir eigentlich ein viel größeres Problem mit der analogen Welt. Und die digitale Welt könnte uns helfen, diese Gräben abzubauen. Das haben wir in der Untersuchung auch ganz massiv versucht. Und dieser Abbau der Gräben geht nur darüber, dass Wissen vorhanden ist oder Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist aus meiner Sicht auch das, was jetzt bei der KI ja die Frage ist, ist im Grunde das zusammengefasste Verständnis aller Menschen und Tiere und Pflanzen und Lebewesen zusammen. Das ist das Bewusstsein. Also eine Kuh hat ein ganz anderes Bewusstsein als ich. Wenn ich jetzt in der Lage wäre, mich mit der Kuh auszutauschen, könnte ich von ihrem Bewusstsein sicherlich etwas bekommen und ich könnte mein Bewusstsein erweitern. Ich könnte vielleicht, wenn ich mit einer Kuh kommunizieren könnte, könnte ich wissen, wie die sich fühlt. Und so kann ich es auch mit allen Menschen. Allerdings, wenn uns die Möglichkeit der Kommunikation untereinander genommen wird, weil wir gar nicht mehr miteinander kommunizieren können, denn alles, was wir sagen, ist in Sperrzonen aufgeteilt, wie Professor Mausfeld immer gesagt hat. Er sagt, man hat ja immer kommunikative Sperrzonen. Wenn man irgendwas sagt, dass man vielleicht konservativ dasteht, dann wissen die anderen sofort mit einer roten Lampe, du bist jetzt in der Sperrzone, du gehörst nicht zu ihnen und sie sprechen nicht mehr mit dir. Und das kannst du mit der KI überbrücken. Du kannst halt diese Gespräche mit der KI führen und kannst trainieren, wie du mit diesen Leuten sprechen kannst. Und dann haben wir eigentlich etwas geschaffen, wo ich sage, da können wir auch im richtigen Leben miteinander wieder umgehen. Dummerweise ist es so, dass diese ganzen Hilfsmittel, die wir haben, auch die Menschen von sich selbst wegführen. Das heißt, die merken gar nicht mehr, ob jemand Freund oder Feind ist. Da fragen sie lieber ihr Handy oder kümmern sich gar nicht drum. Das ist natürlich ein großes Problem. Aber wir haben ja auch in der Corona-Zeit gesehen, auf einmal spricht man drei Sätze und man ist befreundet miteinander. Also zumindest erst mal anfänglich befreundet. Und das habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben, dass diese Art von Offenbarung, dieses Tricks mit Corona, dass diese Offenbarung dazu führt, dass Menschen jetzt auf einmal zusammenstehen, ohne dass sie sich kennen. Das ist ganz irre. Also ich finde jetzt nicht, dass alles, es war nicht immer alles schlecht, wie man das so in manchen Kontexten sagt. Es ist nicht alles schlecht. Also das kann man nicht so sagen. Es sind unheimlich viele Möglichkeiten und Chancen drin. Und der Mensch ist eben aus meiner Sicht dafür konstruiert, diese Chancen auch gut zu nutzen. Also was ich natürlich doof finde, ist, dass wir jetzt Regierungen haben, die immer nur nach Angst schüren und neue Angstquellen auftun, um möglichst viel aus der Kasse zu plündern. Das ist eigentlich ein einfaches Konzept. Und unsere Aufgabe kann eigentlich nur sein, und das auch gerne mit Hilfe der KI oder künstlichen Intelligenz sozusagen, durchschauen. Wir müssen das alles nur durchschauen. Wenn es durchschaut ist, dann können sie ihre Lügen nicht mehr verbreiten. Das geht einfach nicht. Wir müssen sie nur durchschauen. Aber das fällt mir gerade ein, das, was Frank vorhin gesagt hat, letztendlich bestimmt die Wahrheit AD und ZDF und die Massenmedien. Weil selbst wenn ihr jetzt da auch, wie nicht Reparationsansprüche, sondern Reha-Ansprüche oder Schadensansprüche rauskämpfen solltet, und wenn die ganzen Soldaten quasi rehabilitiert werden und entschädigt werden oder so, selbst das würde nicht thematisiert werden bei Lanz und ZDF. Aber ist doch egal. Was kümmerst du dich um die anderen? Ist doch egal. Nein, ich meine, der große Teil... Ihr habt 100.000, 200.000, 300.000 Aufrufe. Was interessiert es dich? Der große Teil der Menschen lebt immer weiterhin in diesem Informationsvakuum. Ja, es werden auch weniger. Es werden ja nicht mehr. Jeden Tag. Ja, ist klar. Jeden Tag. Ich weiß, was... Ganz ehrlich, da habe ich überhaupt gar keinen... Das ist mir völlig egal. Und wenn das eine Generationenaufgabe ist, auf der anderen Seite wird es nicht mehr. Sie werden nicht mehr. Sie werden immer weniger. Weil die Leute immer mehr merken, dass sie hinter die Fichte geführt werden und dass sie ausgeplündert werden. Das ist eigentlich alles, worum es hier geht. Das ist eigentlich relativ einfach und schnell zu erkennen. Und ich ärgere mich darüber auch gar nicht. Ich kann es einfach sehen. Also gerade Corona ist ja das leuchtende Beispiel. Ich glaube, es gibt kaum jemanden in Deutschland, der so tief in der Corona-Thematik drin ist, wie ich es bin. Also auch von behördlicher Seite und was da gehandelt wurde und wie gehandelt wurde. Ich muss da gar nicht spekulieren. Ich kenne nicht jede Studie. Ja, das muss ich auch gar nicht. Aber ich kenne jede Behördenantwort. Und jetzt sehen wir ja in den RKI-Files, dass das alles, also ganz viel auf Lügen fußt. Und ganz ehrlich, mehr geht doch gar nicht. Das heißt für dich eigentlich, du bist mittlerweile in einem Zustand angekommen, ich spekuliere jetzt, dass du dich zurücklehnt mit einem guten Glas Wein und zuschaust, wie das Ding endgültig gegen die Wand klatscht. Also dass das System auffliegt, die ganzen Lügen so richtig hochkochen. Ja, da bin ich nicht so weit wie du, sondern ich gehe davon aus, wie mein bester Freund immer sagt, der sagt immer, hier wird nichts mit einem großen Knall passieren. Hier wird es einfach die Luft rausgehen, ganz langsam. Genau, genau das. Und so sehe ich das auch. Es sind immer mehr Leute, die mich ansprechen, die mich kennen, wo ich sage so, von dir hätte ich es gar nicht erwartet. Ja, die mir sagen, ja, mach mal weiter, super. Also wo ich sage so, ey, du hast das noch dreimal mitgemacht. Ja, sagt, da war ein Fehler. Das ist immer mehr von diesen Leuten. Die Frage ist ja am Ende, wie steht es in zehn Jahren in den Geschichtsbüchern? Wie wird es in der Schule vermittelt? Als die große Pandemie, wo Fehler gemacht wurden? Ja. Oder eben als der große Coup, wo abgezockt wurde? Die Leute sollen Bücher kaufen. Das ist das Entscheidende. Sie sollen Bücher kaufen, damit das nicht aus dem Internet getilgt ist. Denn das werden sie tun, ganz klar. Die werden alles versuchen, um diese Information wegzukriegen. Die sollen alle Bücher aus der Corona-Zeit kaufen. Alle. Ich habe das auch schon auf dem Vortrag Herrn Brauns-Bethra das erste Mal gesagt. Sie sollen jedes Buch kaufen, das Sie jetzt kriegen können. Wenn Sie die Mittel haben, sollen Sie es kaufen. Bitte kaufen.